Ich kann mir auch... Ich kann mir... Jetzt ist es schnell... Was bin ich hier? Nein! Ach... Da muss ich hin... Passiert Okay, okay Man muss auch nur verstehen, wie die Wälder ist Zum neuen Gang kann ich ja verraten Ich kann schon mal verraten, es ist ein Indie-Game Also wer Indie-Games mal Kann ich das gerne mal anschauen Oder auch nicht Hopp, zack, wunderbar Wollen wir gleich so Solera um die Ecke bitte Schön Hopp Wunderschön Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Könnte möglich sein Als Archäologe sage ich ja Da Da geht's Jetzt Da komm Raub Ja ne mit Was haben wir da? Ich hab nichts. Was kann ich denn sagen? Gut. Jetzt geht's wieder raus. Äh. Hä? Ja. Ich würde sehr gerne ein Lager finden, wenn ich mir denke, dass ich diese Aufnahme hier beenden würde. Weil, äh, wie sagt man, welche Scheiße ist. So, und hier ist Lager, natürlich speichern dann, nehm ich mal an einem anderen, wo ich... Oh, Schwederfähigkeit. So, auf alle Fälle, ich guck mal irgendwie, dass ich, äh, das da halt in den Griff kriege, die da... so läuft. Ich hab das auch nicht ausprobiert. Ich zeig euch das mal an. Ich hab mich nämlich schon ausprobiert. Gehe ich jetzt auf die Map. Ja, so. Das ist doch so. So? Nein, Map. So, schaut mal. Hä? Äh. So läuft aber immer noch. Wieso geht das jetzt? Vorhin... Da ist das die ganze Zeit so nach rechts gelaufen. Ich hab die Maus nicht bewegt. Weiß ich nicht. Ich guck mal, ob ich bis zum... Ja. Irgendwie ist das Bild auch verschoben. Naja, ich guck mal, ob ich das Problem geheben kann. Wenn morgen, also halt nach dieser Folge morgen, keine Folge kommt, dann möchte ich bitte, dass du mir mal in die Kommentare schreibst, was du mir eh belegen kannst. Weil dann hab ich's nämlich nicht... gelogen. Sprich, wenn, ähm... 78 keine Folge kommt, dann sag mir mal bitte Bescheid, dass ich es wieder aufhören möchte. Also, okay... Wie gesagt, wenn keine Folge da ist, aber... auch schläge, ne? So dann. Bis... Ja. Bis zum nächsten Mal. So, hallo nochmal. Und, äh... Ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klicken auf YouTube und du kommst auf meinen, äh... YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter. Dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter, äh... wird auch noch jeden Tag, äh, eine Folge veröffentlicht. Also es wird... Es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online. Und, äh, wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nix. Und bei Facebook... Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, äh, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.